23. Kapitel Mboto sah in die Asche. Wie wenig und wie viel! Und dann schob er den eleganten Kaminschirm wieder vor, in dessen Mitte sich die Nachbildung einer pompeianischen Wandfigur befand. Hundertmal war sein Auge darüber hinweg geglitten, ohne zu beachten, was es eigentlich sei. 24. Heute sah er es und sagte, Minerva, mit Schild und Speer, aber Speer bei Fuß. Vielleicht bedeutet es Ruhe. Wäre es so. Und dann stand er auf und schloss das um seinen besten Schatz ärmer gewordene Geheimfach und ging wieder nach vorn. 25. Unterwegs, auf dem ebenso schmalen wie langen Korridore, traf er Köchin und Hausmädchen, die diesen Augenblick erst von einem Tiergartenspaziergange zurückkamen. Als er beide verlegen und ängstlich dastehen sah, überkam ihn ein menschliches Rühren, aber er bezwang sich und rief sich zu, wenn auch freilich mit einem Anfluge von Ironie, dass endlich einmal ein Exempel statuiert werden müsse. 26. So begann er denn, so gut er konnte, die Rolle des donnernden Zeugs zu spielen. 27. Wo sie nur gesteckt hätten, ob das Ordnung und gute Sitte sei, er habe nicht Lust, der gnädigen Frau, wenn sie zurückkomme, vielleicht heute schon, einen aus Rand und Band gegangenen Hausstand zu überliefern. 28. Und der Bursche? Nun, ich will nichts wissen, nichts hören, am wenigsten Entschuldigungen. 29. Und als dies heraus war, ging er weiter und lächelte, zumeist über sich selbst. 30. Wie leicht ist doch Predigen, und wie schwer ist danach Handeln und Tun. 31. Armer Kanzelheld, ich, bin ich nicht selbst aus Rand und Band, bin ich nicht selber aus Ordnung und guter Sitte? 31. Dass es war, das möchte gehen, aber dass es noch ist, das ist das Schlimme. 32. Dabei nahm er wieder seinen Platz auf dem Balkon und klingelte. 33. Jetzt kam auch der Bursche, fast noch ängstlicher und verlegener als die Mädchen, aber es hatte keine Not mehr. 34. Das Wetter war vorüber. 35. Sage der Köchin, dass ich etwas essen will. Nun, warum stehst du noch? 36. Ah, ich sehe schon, und er lachte. 37. Nichts im Hause, ja, trifft sich alles vorzüglich. Also, Tee, bringe mir Tee, der wird doch wohl noch da sein. 37. Und lass ein paar Schnitten machen. Alle Wetter, ich habe Hunger. Und sind die Abendzeitungen schon da? 37. Zu Befehle, Herr Rittmeister. 38. Und nicht lange, so war der Teetisch draußen auf dem Balkon serviert, und selbst ein Imbiss hatte sich gefunden. 39. Boto saß zurückgelehnt in den Schaukelstuhl und starrte nachdenklich in die kleine blaue Flamme. 39. Dann nahm er zunächst den Moniteur und seiner kleinen Frau das Fremdenblatt, 40. Und erst in weiterer Folge die Kreuzzeitung zur Hand und sah auf die letzte Seite. 40. Gott, wie wird Käthe sich freuen, diese letzte Seite jeden Tag wieder frisch an der Quelle studieren zu können, will sagen, zwölf Stunden früher als in Schlangenbad. 41. Und hat sie nicht recht? 41. Unsere heute vollzogene eheliche Verbindung beehren sich anzuzeigen. 42. Adalbert von Lichterloh, Regierungsreferendar und Leutnant der Reserve, Hildegard von Lichterloh, geborene Holze. Wundervoll! Und wahrhaftig so zu sehen, wie sich's weiter lebt und liebt in der Welt, ist eigentlich das Beste. Hochzeit und Kindtaufen und ein paar Todesfälle dazwischen. Nun, die braucht man ja nicht zu lesen. Käthe tut es nicht und ich tue es auch nicht. 42. Und bloß, wenn die Vandalen mal einen ihrer alten Herren verloren haben und ich das Chorzeichen inmitten der Trauerannonce sehe, das lese ich, das erheitert mich und ist mir immer, als ob der alte Chorkämpe zu Hofbräu nach Valhalla geladen wäre. Spatenbräu passt eigentlich noch besser. 43. Er legte das Blatt wieder beiseite, weil es klingelte. 44. Sollte sie wirklich, nein, es war nichts, bloß eine vom Wirt heraufgeschickte Suppenliste, drauf erst 50 Pfennig gezeichnet standen. 45. Aber den ganzen Abend über blieb er trotzdem in Aufregung, weil ihm beständig die Möglichkeit einer Überraschung vorschwebte und so oft eine Droschke mit einem Koffer vorn und einem Damenreisehute dahinter in die Landgrafenstraße einbiegen sahen, rief er sich zu. 45. Das ist sie, sie liebt dergleichen, und ich höre sie schon sagen, ich dachte es mir so komisch, Botho. 46. Käthe war nicht gekommen, statt ihrer kam am anderen Morgen ein Brief, worin sie ihre Rückkehr für den dritten Tage anmeldete. 47. Sie werde wieder mit Frau Salinger reisen, die doch alles in allem eine sehr nette Frau sei, mit viel guter Laune, viel schick und viel Reisekomfort. 47. Motto legte den Brief aus der Hand und freute sich momentan, ganz aufrichtig, seine schöne junge Frau binnen drei Tagen wiederzusehen. 48. Unser Herz hat Platz für allerlei Widersprüche. 48. Sie dalberten nun ja, aber eine dalbrige junge Frau ist immer noch besser als keine. 49. Danach rief er die Leute zusammen und ließ sie wissen, dass die gnädige Frau in drei Tagen wieder da sein werde. 49. Sie sollten alles instand setzen und die Schlösser putzen. 50. Und kein Fliegenfleck auf dem großen Spiegel. 51. Als er so Vorkehrungen getroffen, ging er zum Dienst in die Kaserne. 51. Wenn wer fragt, ich bin von fünf an wieder zu Haus. 51. Sein Programm für die dazwischenliegende Zeit ging dahin, dass er bis Mittag auf dem Eskadronhofe bleiben, 52. Dann ein paar Stunden reiten und nach dem Ritt im Club essen wollte. 52. Wenn er niemand anders dort traf, so traf er doch Balafré, was gleichbedeutend war mit Vist en Deux und einer Fülle von Hofgeschichten, Waren und Unwaren. 53. Denn Balafré, so zuverlässig er war, legte doch grundsätzlich eine Stunde des Tages für Humbug und Aufschneidereien an. 54. Ja, diese Beschäftigung stand ihm, nach Art eines geistigen Sportes, unter seinen Vergnügungen obenan. 54. Und wie das Programm war, so wurde es ausgeführt. 55. Die Hofuhr in der Kaserne schlug eben zwölf, als er sich in den Sattel hob und nach Passierung erst der Linden 55. und gleich danach der Luisenstraße schließlich in einen neben dem Kanal hinlaufenden Weg einbog, 55. der weiterhin seine Richtung auf Plötzensee zunahm. 56. Dabei kam ihm der Tag wieder in Erinnerung, an dem er hier auch herumgeritten war, um sich Mut für den Abschied von Lene zu gewinnen, 56. Für den Abschied, der ihm so schwer ward und der doch sein musste. 57. Das war nun drei Jahre. Was lag alles dazwischen? Viel Freude, gewiss. 58. Aber es war doch keine rechte Freude gewesen, ein Bonbon, nicht viel mehr, und wer kann von Süßigkeiten leben? 58. Er hing dem noch nach, als er auf einem von der Jungfernheide, hier nach dem Kanale hinüberführenden Reitwege, 59. zwei Kameraden herankommen sah, Ulanen, wie die deutlich erkennbaren Tschapkas, schon von Ferner verrieten. 59. Und wer waren sie? 59. Freilich, die Zweifel auch darüber konnten nicht lange währen, 60. Und noch ehe man sich von Hüben und Drüben bis auf hundert Schritte genähert hatte, 60. sah Botho, dass es die Rexins waren, Vättern und beide vom selben Regiment. 60. Ah, Rienäcker, sagte der Ältere. Wohin? 61. So weit der Himmelblau ist. Das ist mir zu weit. Nun, das ist Saatwinkel. 62. Das lässt sich hören. Da bin ich mit von der Partie vorausgesetzt, dass ich nicht störe. 63. Kurt? Und hiermit wandte er sich an seinen jüngeren Begleiter. 64. Pardon, aber ich habe mit Rienäcker zu sprechen, und unter Umständen spricht sich's besser zu zweien, ganz nach deiner Bequemlichkeit, Bossel. 64. Und dabei grüßte Kurt von Rexin und ritt weiter. 64. Der mit Bossel angeredete Vetter aber warf sein Pferd herum und nahm die linke Seite neben dem ihm in der Rangliste weit voranstehenden Rienäcker und sagte, »Nun denn also, Saatwinkel, in die Tegeler Schusslinie werden wir ja wohl nicht einreiten.« »Ich werde es wenigstens zu vermeiden suchen,« entgegnete Rienäcker, »erstens mir selbst und zweitens Ihnen zuliebe, und drittens und letztens zum Henriettens Willen. Was würde die schwarze Henriette sagen, wenn ihr, ihr Boggeslav, totgeschossen würde, und noch dazu durch eine befreundete Granate?« »Das würde freilich einen Stich ins Herz geben,« erwiderte Rexin, »und ihr und mir einen Strich durch die Rechnung machen.« »Durch welche Rechnung?« »Das ist eben der Punkt, Rienäcker, über den ich mit Ihnen sprechen wollte.« »Mit mir?« »Und von welchen Punkten?« »Sie sollten es eigentlich erraten und ist auch nicht schwer. Ich spreche natürlich von einem Verhältnis, von meinem Verhältnis.« »Verhältnis?« lachte Botho. »Nun, ich stehe zu Diensten, Rexin.« »Aber offen gestanden, ich weiß nicht recht, was speziell mir ihr Vertrauen einträgt. Ich bin nach keiner Seite hin, am wenigstens aber nach dieser. Eine besondere Weisheitsquelle, da haben wir noch ganz andere Autoritäten. Eine davon kennen Sie gut, noch dazu ihr und ihres Vetters besonderer Freund.« »Ballafri?« »Ja.« Rexin führte was von Nüchternheit und Ablehnung heraus und schwieg einigermaßen verstimmt. Das aber war mehr, als Botho bezweckt hatte, weshalb er sofort wieder einlenkte. »Verhältnisse, pardon, Rexin, es gibt ihrer so viele. Gewiss, aber so viele ihrer sind, so verschieden sind sie auch.« Botho zuckte mit den Achseln und lächelte. Rexin aber, ersichtlich gewillt, sich nicht zum zweiten Mal durch Empfindelei stören zu lassen, wiederholte nur in gleichmütigem Tone, »Ja, so viele ihrer, so verschieden sie auch sind. Und ich wundere mich, Rienäcker, gerade sie mit den Achseln zucken zu sehen. Ich dachte mir, nun denn heraus mit der Sprache. Soll geschehen.« Und nach einer Weile fuhr Rexin fort, »Ich habe die hohe Schule durchgemacht, bei den Ulanen und schon vorher. Sie wissen, dass ich erst später zu kam, in Bonn und Göttingen, und brauche keine Lehren und Ratschläge, wenn es sich um das Übliche handelt. Aber wenn ich mich ehrlich befrage, so handelt es sich in meinem Falle nicht um das Übliche, sondern um einen Ausnahmefall. Glaubt jeder. Kurz und gut, ich fühle mich engagiert, mehr als das. Ich liebe Henrietten, und, oder um Ihnen so recht meine Stimmung zu zeigen, »Ich liebe die schwarze Jette.« »Ja, dieser anzügliche Trivialname mit seinem Anklang an Kantine passt mir am besten, weil ich alle feierlichen Allüren in dieser Sache vermeiden möchte. Mir ist ernsthaft genug zumute, und weil mir ernsthaft zumute ist, kann ich alles, was wie Feierlichkeit und schöne Redensarten aussieht, nicht brauchen. Das schwächt bloß ab.« Boto nickte zustimmend und entschlug sich mehr und mehr jedes Anfluges von Spott und Superiorität, den er bis dahin allerdings gezeigt hatte. »Jette,« fuhr Xenfort, »stammt aus keiner Ahnenreihe von Engeln und ist selber keiner, aber wo findet man dergleichen? In unserer Sphäre? Lächerlich. Alle diese Unterschiede sind ja gekünstelt, und die gekünsteltsten liegen auf dem Gebiete der Tugend. Natürlich gibt es Tugend und ähnliche schöne Sachen, aber Unschuld und Tugend sind wie Bismarck und Moltke, das heißt rar. Ich habe mich ganz in Anschauungen wie diese hineingelebt, halte sie für richtig und habe vor, danach zu handeln, soweit es geht. Und nun hören Sie, Rienicker, ritten wir hier, statt an diesem langweiligen Kanal, so langweilig und strippen gerade wie die Formen und Formeln unserer Gesellschaft. Ich sage, ritten wir hier statt an diesem elenden Graben am Sacramento hin und hätten wir statt der Tegeler Schießstände die Diggins vor uns, so würde ich die Jette freiweg heiraten. Ich kann ohne sie nicht leben, sie hat es mir angetan und ihre Natürlichkeit, Schlichtheit und wirkliche Liebe wiegen mir zehn Kommtessen auf. Aber es geht nicht, ich kann es meinen Eltern nicht antun und mag auch nicht mit 27 aus dem Dienst heraus, um in Texas Cowboy zu werden oder Kellner auf einem Mississippi Dampfer. Also, Mittelkurs. Was verstehen Sie darunter? Einigung ohne Sanktion. Also, Ehe ohne Ehe? Wenn Sie wollen, ja, mir liegt nichts am Worte, ebenso wenig wie an Legalisierung, Sakramentierung oder wie sonst noch diese Dinge heißen mögen. Ich bin etwas nihilistisch angeflogen und habe keinen rechten Glauben an pastorale Heiligsprechung. Aber, um es kurz zu machen, ich bin, weil ich nicht anders kann, für Monogamie, nicht aus Gründen der Moral, sondern aus Gründen einer mir angeborenen Natur. Mir widerstehen alle Verhältnisse, wo Knüpfen und Lösen sozusagen in dieselbe Stunde fällt und wenn ich mich eben einen Nihilisten nannte, so kann ich mich mit noch größerem Rechte einen Philister nennen. Ich sehne mich nach einfachen Formen, nach einer stillen, natürlichen Lebensweise, wo Herz zum Herzen spricht und wo man das Beste hat, was man haben kann. Ehrlichkeit, Liebe, Freiheit. Freiheit? Wiederholte Botho. Ja, Rienäcker, aber weil ich wohl weiß, dass auch Gefahren dahinter lauern und dies Glück der Freiheit, vielleicht aller Freiheit, ein zweischneidig Schwert ist, das verletzen kann, man weiß nicht wie, so habe ich Sie fragen wollen. Und ich will Ihnen antworten, sagte der mit jedem Augenblick ernster gewordene Rienäcker, dem bei diesen Konfidenzen das eigene Leben, das zurückliegende, wie das Gegenwärtige, wieder vor die Seele treten mochte. Ja, Rixin, ich will Ihnen antworten, so gut ich kann, und ich glaube, dass ich es kann. Und so beschwöre ich Sie denn, bleiben Sie davon. Bei dem, was Sie vorhaben, ist immer nur zweierlei möglich, und das eine ist gerade so schlimm wie das andere. Spielen Sie den Treuen und Ausharrenden, oder, was dasselbe sagen will, brechen Sie von Grund aus mit Stand und Herkommen und Sitte, so werden Sie, wenn Sie nicht versumpfen, über kurz oder lang sich selbst ein Gräuel und eine Last sein. Verläuft es aber anders und schließen Sie, wie es die Regel ist, nach Jahr und Tag Ihren Frieden mit Gesellschaft und Familie, dann ist der Jammer da, dann muss gelöst werden, was durch glückliche Stunden und ach, was mehr bedeutet, durch Unglückliche, durch Not und Ängste, verweht und verwachsen ist. Und das tut weh. Rexin schien antworten zu wollen, aber Butu sah es nicht und fuhr fort. Lieber Rexin, Sie haben vorhin in einem wahren Musterstücke dezente Ausdrucksweise von Verhältnissen gesprochen, wo Knüpfen und Lösen in dieselbe Stunde fällt. Aber diese Verhältnisse, die keine sind, sind nicht die Schlimmsten. Die Schlimmsten sind die, die, um sie noch einmal zu zitieren, den Mittelkurs halten. Ich warne Sie, hüten Sie sich vor diesem Mittelkurs, hüten Sie sich vor dem Halben. Was Ihnen Gewinn düngt, ist Bankrott und was Ihnen Hafen scheint, ist Scheiterung. Es führt nie zum Guten. Auch wenn äußerlich alles glatt abläuft und keine Verwünschung ausgesprochen und kaum ein stiller Vorwurf erhoben wird. Und es kann auch nicht anders sein, denn alles hat seine natürliche Konsequenz, dessen müssen wir eingedenk sein. Es kann nichts ungeschehen gemacht werden und ein Bild, das uns in die Seele gegraben wurde, verblasst nie ganz wieder, schwindet nie ganz wieder dahin. Erinnerungen bleiben und Vergleiche kommen. Und so denn noch einmal, Freund, zurück von Ihrem Vorhaben oder Ihr Leben empfängt eine Trübung und Sie ringen sich nie wieder mehr zur Klarheit und Helle durch. Vieles ist erlaubt, nur nicht das, was die Seele trifft, nur nicht Herzen hineinziehen und wenn's auch bloß das eigene wäre.